Friendly Golden Houses ist nicht nice. Wirklich nice. Ich weiß ja den Cookie auch. Ich muss auf Pigeon gehen, das ist Wolf. Ja. Oh, okay. Wolf. Dein Letzt ist schon nachgeschlaut. Ich spiele ohne Namen. Ich achte auch nicht auf den Skin. Ich mach's nicht mehr. Ja, komm, Alter. Alter, ich bin so krank. Ich hab's ja nicht mehr gezockt. Tschöße. Ey, ey, komm, Alter. Wer hat's denn runtergefallen? Ist das besser gewesen? Ne, ist der Wolf. Ich hab keine Ahnung mehr von Entscheuung. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da bin. Rechtsklick. Ey, wärst du da hin? Komplett runtergeschließen. Ja, ich wollte auf deiner Ebene. Ich wohne eine Wette runter. Alter. Hallo. Ich bin deine Katze. Ja, tschüss. Ciao. Ja, mit dir tschüss, Junge. Oh, ich bin los. Ich bin runtergefallen. Nein. Nein, Spaß wenig. Warum bist du denn runtergefallen? Warte auf euch hier unten. Ich kann es nämlich nicht ernst nehmen, solche privaten Runden. Oh, fuck. Hey. Hallo. Hallo. Ich bin Einigkeit. Ja, wer ist das hier? Hä? Da ist das hier. Oh, der Salzschreier. Oh, der Salzschreier. Oh, der Salzschreier. Oh, der Salzschreier. Das ist ein Salzschreier. Ja, was ist das hier? Ja, das bist du, Mari. Das ist keine Salzschreier, das ist eine Padrone. Ach so. Okay, das war Lust von mir. Warum? Ja, ich hätte die Endrichtung nehmen sollen. Junge, du wärst da runtergeflogen. Ein Wolf. Vor allem, du bist das Scheiße. Ich hab' mich im Weg gehabt. 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 Ja. Jawohl. Ich leg' einen Gurm. Ja. Ja. Ich hab' mich im Weg gehabt und der ist runtergeflogen. Jo. Der ist so sauer. Der ist so sauer. Wuuu. Wuuu. Geh weg Wolf! Geh weg! Und die Runden dauern so ewig, ne? Ich hab das Spiel gewechselt, nein, nach der Runde. Doch hab ich, ich hab Vollgas eingestellt. Für dich Paranoia, ja. Weiß! Wie kann der denn ne Golden Hexe haben? Hat keine Golden Hexe. So. Ja. So ne Hexe. Die. 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 Die Katze. Die Katze hat mal gelaufen. Hast du auch noch geflogen? Äh, das müsste so gewesen sein. Die. 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 Ich bin richtig fischig. Ich liebe das Spiel. Ich eigentlich auch. Junge, da müsste man echt so zwölf spielen mit zwölf Leuten, die man kennt. Das wäre zu wild. Junge, da wären wir ja nur sold. Das wäre so geil. Alle biefen sich an außer Mari. Der bleibt einfach ruhig und ist passiv. Klar, ich bin auch ein Drücker. Oh ne, jetzt mit drei. Ja, und das nächste mit vier. Nein, Spaß. Das nächste ist halt Finale. Ich bin für Mari. Ich nicht. Äh, okay. Hä? Was war denn jetzt los? Was war denn da? Der hat durch die Lücke gechumpt. Das ist mir zu stressig hier mit dabei. Ja, Sam. Ich will nicht mehr. Du bist ja schon so alt für den Scheiß. Ja, Sam. Ich hab nicht so schnelle Reaktionen. Ja, ich hab Wolf. Ey, Mann. Wie kommt der hinten da raus? Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Ja, ich bin raus. Ja. Oh, jetzt 1 gegen 1 gegen Wolf. Oh, das wird lustig. Ich wollte nur 1 gegen 1 sehen. Deswegen bin ich im Drift. kr methrogigen lagen, ja diese blauen sind. Ja. Ich bin für Wolf. Der hat gewonnen. Ich bin für den Gewinner. Wo bist du? Ich schließe jetzt die Lobby. Dann hab ich gewonnen. Ich muss Wolf jetzt raus. jetzt wird es lustig ich freu mir habe auch erst für stunden lieben stunden ja da wollte ich abwarten du kleine schicken wurst so wie jetzt machen immer noch mal das so einmal und dann machen wir noch einmal hexagon und dann versuchen wir mal der gleichzeitig in der runde gehen dass wir vielleicht zusammen in der hauptprogramm oder in dem special mode ich mache jetzt immer wieder ich mache jetzt ein zitat mit den beleidigungen die wir haben und du musst es dann immer editen wenn die neue zukunft das ist aber anstrengend ich bin nicht faul dann kann der bastel show gestern ja Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ey Wolf, da sind beide runter, aber Wolf war vor unten. Junge Wolf, du bist doch ein Spacken, Alter. Oh, diese beiden sind gleichzeitig runtergefallen, aber einer von euch ist nur raus. Alter, so Karma kassiert der Junge. Das Spiel Hexagon, das ist eh besser, oder? Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, du bist einfach scheiße. Sprung-Clip. So, wer von euch ist jetzt dran, ne? Ich hab dich fast schon drunter gehauen. Warum tut mir so scheiße? Was hast du eigentlich eingegeben, Alter? Junge, piep dich, Alter. Mit F, oder was? Ja. Ja, das geht auch nicht, das ist eine gut gemacht worden. Du hättest es mit Doppel-G schreiben können. Bleib schnell! Nö! Der ist halt zufrieden hoch! Der möchte was schauen! Oh, 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 oh! Ich flieg raus, ne? Ja, ich flieg safe raus, ja. Nein, oder? Ja, tschüss. Ohhhh, Sammy! Jauge, wöl. Fredrick, du wirst sterben! Ja, Quatsch! Hast du grad gew, da hast du grad gesehen, was ich mir Wölf gemacht hab. Robert? Stro-Ich hab mir den jetzt weggelegt. Ich hab freie Bewegung zur Tastatur., dir wirst sterben! Ich habe noch Freier. Ich habe Controller in der Hand. Okay. Nur Glück. Ich kann meinen Controller in der rechten Hand halten und das nur spielen. Und mit der linken Hand kann ich was anderes berühren. Deine Nase. Okay. Geht mir auch meine Nase. Ja, ich bin Tadeus. Hallo. So, der Finale geht los. Wir kommen hier auf der, äh, äh, Berlin. Und... Auf der einen Seite sehen wir Royal Deutschen Cookie und auf der anderen Chance, Cetrio. Nee. Cetrio, stirb! 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 Was sag ich für ein Unterteil? Die Untertasse. Ah. Machst du das Französung? Ja, ja, du hast ja das Ganze, das sehe ich ja. Oh, nö, nö. F***! F***! Verreck! Geh weg! Geh weg! Dafür hat keine Zeit zu verrecken. Geh weg! Geh weg! Ich meinte nicht! Es faggelt, Ebrake! Oh! Ich meinte nicht! Geh weg! Waa! Was? Scheiße! Oh, geil! Scheiße! Ich bin jetzt den. F*** dich! F*** dich! F*** dich! F*** dich! F*** dich! F*** dich ohne... F*** dich ohne... F*** dich ohne... F***! Unsportlichkeit! Der Wolf ist unsportlich. Der ist die, die ich gesagt! F***! Was für ein Lack, Junge! Wolf, Alter, komm mal her! F***! F***! Und Schinkenwurst! Etwa Käse! F***! 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 Was ist die Zahl 91? F***! Wollen wir das mal in den Bastel schauen? Ne! Guten Morgen! Echt? Oh mein Gott! Ja! F***! Ja! Wir haben bald die 100 Zitate, das ist so cool! Ja! Das ist etwa 92! Lieber für Dexen als für Dex! Junge, wir kommen auf so ne Scheiße! Die werden lustig ist! Sorry, erklär's mir mal! Das kann ich dir nicht sagen! Jetzt kommt's einfach! Die Urin! Junge! Hallolallo Junge! Hallolallo Junge! Hallolallo, ja! Hey! Leck mir im Ohr, ich schee! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Hilfe! Geh weg! Na! Du! Bösewicht! Böse! Das ist aber keine neue Beleidung, weil es ist ein Echo World Royale! Echo! Scheiße! Scheiße! Und tschüss! Alter, wo bist du hin? Nicht los! Du riechst mal auf, gell! Du Wolf ist echt gemein! Heute in der Runde! Warum? Ja! Ich hab nichts getan! Ja, der ist sauer! Ja, aber wieso machst du das? Wieso machst du diesen? Bin ich auch weit drunten! Also Wolf ist echt hier zu Anti-Alles gerade! Der ist richtig sauer! Der hat Schwung gepackert! Niemals! Und dann? Ja! Das ist sicher! Und dann? Der ist richtig sauer! Der ist so! 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 ich bin ja auch wieder der beste miche Linus der beste nein du bist der beste miche Linus Komme ich da rüber? Nee, Scheiße, fuck. Ihr seid alles sehr furchteinflößig. Ach, das ist ja doch mein Zweitname. Echt? Ja. Mein Drittname ist Aggression. Ich hab's... What the fuck? Leid, ich seh ihn aber... What the fuck? Du konntest nicht aufstehen, ne? Nee, ich lag auch vom Bauch. Ich hab einen richtigen Bauchplatscher gemacht. Du warst so schwer, dass du durch die letzte Plattform durchgefallen bist. Der Wolf hat grad einfach so einen Lack hier. Wo ist denn der Wolf bei der Farbe? Oder was? Nein, der stirbt! Nein, der ist so sauer, der ist so sauer. Der hat gewonnen. Der hat einen Scheiß gewonnen. Doch, der hat auch so viel. Der hat einen Scheiß gewonnen. Hey, 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 hey. Hast du... Nicht, nicht, nicht laufen, sondern springen jetzt. Sonst haben wir beide keine Chance mehr. Wofür? Also ich... Ich möchte jetzt erstmal... Ne, ihr müsst ihn melden. Dann fliegt ja raus. Jaaaa... Wenn ich geht. Ja, wegen Briefing. Dann grieft ja hier. Ja, ihr habt so oder so keine Chance. Der hat doch genauso viel wie ihr gefühlt. Alter Wolf, guck aus dein Fenster, da ist so eine schöne Frau. Das bin ich. Bist du jetzt Marie? Vorhin hat ja auch einer den Check geschrieben, als ob Marie einen Jungname ist. Das ist ein echtes Blech, wenn man sich überlegt. Boah, Scheiße. Marie, du musst das gewinnen. Let's go, Patrone. Wolf, ey Wolf, ey übrigens, ich wollte dir was sagen. Du bist auf jeden Fall Scheiße. Und du wirst so verkacken jetzt, Wolf. Oh, Wolf, was machst du denn da? Du musst in die Mitte gehen, du musst in die Mitte gehen. Ja. Wolf. Nein. Alter, Wolf, du Arsch. Du bist 10 Meter weit, du. Okay, ich lösche Wolf jetzt aus der Lobby. Ja. Hallo. Ja, hallo. Hallo, nallo. Gute Schwung. Achso, nallo. Ich dachte, das ist ja ein großes I. Ne. Wollen wir mal versuchen, online zu zocken? Das heißt, wir... Ich glaube, das geht. Wir versuchen es mal. Wir machen jetzt Showauswahl, machen wir mal nur Schleimknachsler oder nur Hauptprogramm. 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 Hauptprogramm, okay. Dann muss ich erst mal... Muss ich nur uns drei erst mal als Lobby schon mal machen. Dann gehen wir gleichzeitig rein. Vielleicht bringt das was. Keine Idee, Alter. So. Im Gegensatz zu dir sind die Chipmunks im Stimmpunkt. Oh mein Gott, das war toll. Ich könnte wieder meinen Stimmverzeuge anmachen. Ja, Mann. Okay, machst du auch ready? Dann bist du... Ich sag, wenn du ready machen musst, okay? Ja. Okay, machst du jetzt ready. Aufprogramm nur. Ich hab Bock, meine Stimmverzerrer wieder anzumachen. Ich glaube, wir haben nicht dieselbe Lobby. Bei mir steht schon die Spieler. Echt? Ja. Oh, Mist. Darf ich meine Stimmverzerrer anmachen? Oh, das sind so Schmerzen auf die Ohren. Hm. Ich stell mich halt leiser. Ja, du bist eh schon auf 20% oder so. Mann! Geil. 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 Okay, dann spielen wir drei in der einzelnen Runde, wenn das nicht funktioniert. Ich hab einfach nur Angst vor mir. Ja, sag mir wie es geht. Dann sag ich dir, wie es geht. Ja, man kann auch. Also, man kann zur vierten Aufprogramme spielen. Auf was? Man kann zur vierten Aufprogramme spielen. Ja, wie? Ja, das kannst du auswählen. Hab ich vorhin bei dir gesehen. Nein, aber das geht nur ab zwölf Leuten. Mhm. Das ist das Problem. Mein Fuß ist eingeflafen. Ah. Genau wie meine Mittelhelfer. Also, meine Füße geht super. Kannst du dir in die Kamera zeigen. Alter, fickt euch. Ich laufe lieber. Warum? Ich denke, man kriegt es nicht so gerne. Naja, solange es nicht sexuell ist, darf man seine Füße in die Kamera zeigen, wie man möchte. Ah. Ah. Hier und da. Ah. Du hast sogar Sacken an. Äh, Sacken gehen auch. Junge wäre es barfußig. Ich hätte gekotzt. Ja, ich kann meinen Fuß hinter meinem Kopf tun. Ich habe nicht. Konnte ich früher. Ich kenne das auch früher. Weißte, Wolf schreibt, er hat gegen mich keine Angst. Äh, Laversack. Oh mein Gott, es gibt wieder neue Gratis-Stimmen bei meinem Voice-Verzehrer. Es gibt jetzt auch Voice-Tune. Okay. Gibt es auch Auto-Tune? Tatsächlich nicht, ne? Ich bin sehr schwach. Ich werde das gleich ausprobieren. Ich will wissen, was Voice-Tune ist. Ja, dann gehe ich aber mit Wolf in einen anderen Brat-Channel. Ich brauche ein Auto-Tune-Programm. Dann kann ich Dieter Bohlen auf Auto-Tune singen. Nein! Das macht es besser. Dieser Song ist, dieser Song ist terrifying. Terrifying, gut. Der ist satisfying. Terrifying. Nein, der ist satisfying. Mein ganzes Leben ist terrifying. Aber das Lied nicht. Nee, das Lied muss eigentlich auch in die Shards rein. Nein. Doch. Ich kenne kaum Lieder, die besser sind. Ich kenne da sehr viele. Nee, ich nicht. Das sind die Konsum-Opfer, die dann die anderen wiederhören. Konsum-Opfer? Ja, ich bin raus. Oh, ich habe die Bippen, ey. So eine Scheiße. Die Bippen, die würde ich gerne spielen. Bitte die Bippen. Jetzt kommen Bippen. Hoffentlich. Ich mache nur ganz kurz den Voice-Changer rein. Ich will nur wissen, wie es dich anhört. Ich mache den direkt wieder raus. Ich gucke den im Stream, wie es sich anhört. Okay. Yo, hier ist er. Hey. 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 Yessry. Ich habe meine Voice-Changer drin. Entschereusst. Hat kein Unterschied. Ist leiser, aber sonst. Lol. Was ist das denn? Whh! Haha, das war echt geil. Junge, was ist das für eine Map? Map, Map. Oh mein, was ist das? Man hört einfach gar nix vom Bullshit. Du bist hart? Nö. Ach, wenn ich das dann mache, ist das safe. Ne, das ist immer noch so. Mal. Oh, macht der Happy Birthday aus. Warum ist das ein Birthday auf einmal drin? Ja, das ist ein Voice-Changer. Das hat nix mit Voice-Changer zu tun, aber das existiert einfach. Ja. Fuck, einfach nur. Das kam jetzt, das kam jetzt, das kommt, Rant. Jungs. Es sind doch noch andere Sachen. Das ist genau so die Stimme wie Mariat. Ja. Nur, dass du dich anhörst, als ob du gerade aus dem Toaster singen würdest. Ja, deswegen sag ich ja wieder. Ja, weil sie hab eh so ne Stimme, die ist halt einfach nur tief. Ich mach den wieder raus. Oh, Digga, was los, Digga. Aber ich find das voll geil, sonst hatte ich noch nie bei Skiflug das Ende. Wie geht das denn? Am Ende sind einfach so die ganzen Platten wie bei weggehext. Dass du der erstmal wegmachen musst, dass du dann in das Loch fällst. Das falsche Loch. Das ist das falsche Loch, Mori. Mori. Ja, wir sind erst beim Minigolfbahn Nummer 3 und ich bei 5. Ja, ich bin halt so. Na, Wolf, da hattest du schon ne Erfahrung, ne? Da hast du noch, ne? Naja, er kann die anderen ja nicht fragen, weil er seine Stimme nicht offenbart. Ich schäm jetzt zum Boy in Real Life einfach. Er ist einfach Ratschkootrapani. Äh, nur für jeden Menschen dann. Er hat halt immer noch kein Wort geredet seit seiner Geburt. Nicht mal Mama kann er. Oh kacke, bin ich doof. Ich bin der Anton aus Tirol. Du bist einfach nur doof. Kein Anton. Der Anton aus Cyprus gerade vorhin war so gut. Hatte ein Junge, der war so ein Abwracker. Der war voll cool, den machte ich. Ey, voll cool, Alter, was willst du denn? Was warst du da gegen Anton? Der war kacke. Hä? Kannst du gar nicht kacke sein? Das ist so. Ja, natürlich. Mach, spiel mal den neuen Modi, den haben wir nicht gespielt. Warum? Sieh, nicht heute spielen wird. Nö. De-definite, nee. No. What the fuck. Nein. Fuck. Oh Gott, ich hab's runtergefallen. Guck ich halt außenrum, wenn er mich da hier rüberschiebt. Ich glaub ich schaff grad so... NAAA! Ich wollt grad sagen, ey in dem Augenblick bin ich runtergeflogen. Was sagst du? Was sagst du? Was? Du hast grad gesagt, was sagst du? Was sagst du? Alter, ich fühl mich grad richtig auf den Drogen, Alter. Mario. Hau mal Wolf raus, bitte. Ja, ich wollt's, aber dann bin ich außer den Krieg gelaufen. Boah, ne. Ich Wolf. Ich Wolf wär's gerade tun. Wir sind was, macht's mich aktiv. hacme. das wollte ich hören. Finaleееi. Finale… oder, 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 oder Spiel. Also, Team-Spiel… Oder Zehenspitzle Baa Ja Zehenspitzle Zeigt her eure Füße Zeigt her eure Schuhe Und seht die lustigen Wie geht das? Hausfrau und zu glaube ich heißt das Lied Hausfrau? Ja das ist halt so ein Lied von den Kindern Ich weiß nicht wie politisch korrekt das neu ist heute der Tage Sie waschen die Füße Sie waschen die Schuhe Haha WTF Ich weiß nicht wie das Lied ging WOLF Gut gemacht WOLF Ja einfach nur so Nein WOLF ich mach doch nur Ich wollte ihn nur auf Pfeilz halten und nicht runterpfeilz Oh so war er Nein Ich bin runtergefallen Oh Mensch Oh Mensch Ich bin raus Scheiß Aber die ganze Zeit Ja jedes Tier macht nur AA Ja Oh Gott Nächstes folgt Was Kovac als nächstes Finale Finale Oh 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 Special back gehackt Mit niedriger Dings Mit niedriger Gravity Gravity Oder das gilt Na sicherlich Wie fällt grad vom Realsdeutsche Wolt für Gravity nicht ein Gar nicht wahr WOLF Gravitation Stimmt Das ist Hassliebe Haschliebe Haschliebe Haha Ja ich liebe Hasch Hasch Ja Deswegen lacht ja auch die ganze Zeit Weil Reals Ich hab noch jetzt Ich hab noch raus Nee Wie das am Boden ist Er braucht 10 Jahre Bis man da mal unten ist Hahaha Ich Juck Ich hab jetzt so gelacht Der Wolken war jetzt schon raus gewesen Hab ich auch gelögt Nachdem wir müssen eben look auf Lila Naja Oder war nichts mehr da Wir bleiben wach Bis die Wolken wieder Lila sind Papi Samra zählen wieder Lila Malboro 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 T-Shirt Ich heiße Malboro Ich heiße Wolf Ich heiße Wolf Wolf Nachnamen stimmt Ich hab's gelegt Sorry Schleiz raus nachher. Ja. Tschüss. Ich hoffe, du bist getrunnt, ey. Hey. Das ist aber nicht nett. Der Bannhammer hat gesprochen, ne? Loser. Oh, die hast du schon abgeholt. Ja, ich hab eh gedacht, dass ich es nicht schaffe. Leid, wenn du den grad runtergeschmissen hast. Den Wolf. Na ja, Wolf. Wie ist dich, Wolf? Let's go, Mari. Ui. Ui. Uiuiuiui. Keinmal mit dem Wolf ist. Nein. Und wir sehen schöne Grüße. No, Mari. Ganz, ganz großer Eger. Ja. Er hat gewonnen. Ich will den Weg abschneiden. Ja, ja, ja. Ja, ja. Jawoll, was kannst du eigentlich? Ja. Geil. Er gewinnt einfach, weißt du? In der ersten Runde. In der Bundesliga, da haben wir nie einen Mundo. Inzwischen schon. Echt jetzt? Ja, voll. Alter, geil. Ja, das ist mein 30er Win jetzt. Was? Pikachu! Ich hate you! Nur klick, ne, das war alles. Das war kein Glück. Glück kennst du nur, Wolf. Ja. Möchte ich aufschreiben, das ist echt mein 30er Win. Geil. Dann kriegst du auch die eine Trophäe. Ne, über 20. Also. 30, starten Win. Ich hab nur die 40, glaub ich. Also auch 100 Stunden mehr. Die Krone sieht so dumm aus auf der Patrona. Ist das nicht? Ähm. Wie viele Stunden hast du nochmal? Ja. Na, ich seh's der Ende in zwei Tagen. Ja. Ja. Auf 170. So, jetzt machen wir mal den neuen Modus und wie ich mal spielen jetzt. Mari? Ja? Ich hab 200. Was machst du im August? Ja. Was soll ich da machen? Ja, was machst du da? Bin ich beschäftigt. Warum? Weiß ich noch nicht. Wenn noch 14 Subts kommen, mach ich dann 30 Stunden zu streamen. 30? Ja. Hast du's nicht gelesen? Ich hab doch hier meinen. Ich hab doch hier meinen. Ich dachte, das steht 24. Bei einem Scheint will keiner einen 30 Stunden streamen, deswegen. Also okay. Ich will schon einen, aber ich hab kein Geld. Äh, ich hab schon Geld, aber ich bin zu faul. Ja. Ja. Also mein Geld ist jetzt drauf. Soll ich jetzt 14 mal noch abonnieren? Jaaaa. Oh no. Oh no. Hey. Das musst du nicht. Hey. Teuer, teuer. Alle hassen mich. Nein, Wolf, das stimmt doch gar nicht. Ich hab dich ganz so lieb. Hörst dich nicht. Ich wollte nur gewinnen. Also. Ja. 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 Na ja. Jumann es klappt. Booty. Alter weggeflippt. Jo der eine sieht aus. Oh man es sind zwei Spins die aussehen wie das Kind von Jack von Halo. Wie von wem? Red for Halo zum Beispiel. Okay. Warte. Was? 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 In der Stream SP heißt Red for Halo. Ja. Was flaberst du? Ja. Ja, ich hab das hospitals an. Aber steck fest, was passiert mit mir? Du kannst von real auf Google nach Bad Boy Halo kuchen, das wird dir alle gezeigt. Was für'n Kuchen? Ich versteh das nicht. Warum spürst du das nicht, ja? Was für'n Kuchen? Bad Boy Halo. Also, Bad Boy Kuchen. Ich hab auch Kuchen verstanden. Nein. Wir sind alle irgendwie taub. Nein. Du hast deinen Stimmpatzer da noch an. Nein, hab ich nicht. Doch, es ist doch immer der Happy Birthday Song. Schmerz, jetzt sind wir eine halbe Stunde. Das würd ich selbst hören, natürlich. Ich hör das halt selbst im Stimmpatzer. Gerade jede Kuchen für euch haben wir eine eigene Stimme nicht. Geht raus. Kann man das ja echt machen, geht das? Oh Gott! Oh, ich bin auch runtergefallen. Ich hätte Warten mischen. Das war doofi. Warten mischen? Was mischen wir hier denn? Wodka? Okay. Jaaaa, ne. Doch, ich hab tatsächlich einen, also Energy. Ja. Wodka ist sowieso dabei. Du Alkohol. Wir haben einen Wasserhahn, Alter. Als ob ich Wasser trinken würde in meinen Streams hier. Wir müssen wegen Hochwasser momentan Wasser abkaufen. Gar kein Bock. Oh. Ne! Hallo Flipper. Ja, ja, das ist doch schön. Dennis hat so ein, ist so im Loch. Ne, da ist der Schuss, aber leider noch im Portemonnaie. Sorry. Alles gut. Jaaaa, keine Ahnung. Ey, ganze Stream da, seid theoretisch. Könnte, können sich vielleicht der ein oder andere sogar, äh, das Ding leisten hier. Habe ich nicht da irgendwas? Mhm. 50.000. Ja, 50.000. Ich hab 26.000, was soll das denn? Ich hab 100,1k. Ja, kannst du zwei, äh, SAF Gifts machen. Möchte ich aber nicht. Okay. Es hat keinen 30 Stunden Stream. Ja. Einfach. Ne, sowas geht doch gar nicht. Alle fliegen raus, Alter. Dieser Modus hat auch so einen Meme-Modus, ne, da kommt keiner weiter gefühlt. Ist Wolf weiter? Ja. Ich hab euch alle lieb. Oh, Wolf, das ist lieb von dir. Nein, du liest falsch. Was? Ich hab euch auch lieb. Ja, deswegen. Finde ich, ich hab euch alle lieb. Ich hab meine Brille nicht auf. Ja, dann zieh die mal auf. Nee, 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 nee. Zieh meine Brille dann auf, wenn ich später Rollercoaster Tycoon spiele. Ja. Nicht. Hahaha. Das ist doch so ein Game, wo man eine Brille braucht. Hahaha. Oh, fuck. Okay. Ich wünsch mir gleich ein Game. FIFA. Nee. Hatte nicht. Du kannst dir, ah, ich hab leider, kann ich das neue FIFA. Ja, spielst du FIFA 16. Nee, hab ich auch nicht auf FIFA 17, FIFA 13. FIFA 17 war mit dem Marco Reus Cover, ne? Weiß ich nicht. Hab mir das Cover nicht oft angeschaut. Ich hab FIFA 17 zweimal gespielt, oder so. Äh, und welche, welches FIFA spielst du mal mit der Karriere? Äh, FIFA, FIFA 19 auf der, auf der PS4. Ja, siehste, holst du die PS4 von deinem Bruder? Nee. Doch? Nee, das ist hier nicht zur Wahl. Kann ich irgendwann mal machen. Wünsch ich mir Strike of Horror. So. Den Rest des Streams, Mann. Das wird lange dauern. Naja, ich werd's halt durchspielen, ne? Aber man kann ja... Ja, sonst spiel ich halt nur, wenn ihr mitspielt. Mit dem, ne? Alter, ich hab's für das vorher nicht. Hol's dir. Ist ein gutes Spiel. Ja, ist okay, okay, Alter. Ich hab noch nie so'n Scheißspiel. Jungs, selbst die kostenlosen Games, die sind ja besser. Du gehst ja auch kostenlosen Games, ne? Das ist ja selbst Google Paint geiler. Was? Google Paint ist ja selbst geiler, als Strike of Horror. Das ist Google Paint. Junge! Auch ein bisschen kackig. Superdotes Card ist gut. wie ich mir raus wollte es aus ein wolf war das ist so gemacht aus aus der runde nein nein bleibt noch mit dbd spielen nein sagt mir wer dann wahrscheinlich nach dem was wir pummel party aber steht jetzt noch oder ich bin ja deswegen meine ich ja der ich gerade zuschauer ich küsse sein herz ich küsse sein herz halt dbd spiele ich eventuell auch nicht wenn du kurz oder ja ja er passt bio 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 er hat gesagt er versucht also nach seinem rennen der sind fünf von 13 und dann kommt er was fünf von 13 runde im von 13 das dauert doppelt so lange das spiel schon seit über eine stunde ja eine runde geht ja eine halbe minuten ja auch da jetzt noch 20 10 nein ich hab's verkraften nein nein die kunst mich darunter sondern das scheiß doch ich glaube hat einfach das ist ich habe eine gute möglichkeit ne gut ich werde es nicht als erstes schaffen leider will halt nicht raus fliegen das ist das problem vielleicht liegen alle anderen draus ist meine hoffnung dann schaffe ich es wahrscheinlich hat dass ich hier durch waschen die noch einholen ja schade hat der küsse herz gewonnen ne der hat nicht mal gewonnen das erste durch ja 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 aber ich hab den start nicht gut gemacht zehn minuten ja 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 ich muss noch goldmedaille verdienen noch eine goldmedaille ich muss die zweite runde schaffen oder zwei mal die dritte haltung machen wolfie wolfie ach das ist das neue formel 1 ja 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 seit wann ist das denn draußen seit einer woche oder so oder Freitag gestern keine Ahnung was sieht aus wie 2020 sieht aus wie 2019 ich finde es ja lustig dass die formel 1 die leute die formel 1 spielen sagen dass jedes fifa gleich ist ja ich wäre so wow lass ihn mal nachher fronten deswegen aber der spielt ja auf fifa also ich glaube das ist ja ja wir lassen uns fragen ob der fifa 22 holt und wenn er sagt ne der beinahe sich nix ja dann sprich wieder formel 1 an mhm wer hat nen lenkrad das ist mir doch egal Seitdem spielt er immer Fifa Nee, auf Fuß, der hat auch einen Fuß, der kann auch Fifa spielen Junge, der Controller mit seinen Füßen, das war eklig Naja, war Junge Jaaa, hab auch mal gemacht, mit dem Controller mit Füßen gespielt Das war echt schwierig Verpisst dich, Alter Echt schwierig Würde ich niemals ausprobieren Wunderlich Echt nur mal zu machen Warum sollte ich das denn machen? Das macht keinen Sinn, hier abzukürzen Aber Jason streamt ja auch, das ist ja schön Ich weiß, ob Pummelparty auch streamt Ich hatte die Idee später auch zu streamen, aber wahrscheinlich noch ein wenig da Später? So spät? Ja 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 Halt wahrscheinlich, eventuell noch nach DBD Also halt gegen eins Gegen eins, halb zwei, oder so Ich weiß halt noch nicht Nein, du Puppelnase, nein! Was? Du Puppelnase? Ja, da hab ich runtergehauen Bis zurück, wir kommen zurück Ja, der streamt auch Pimmeln Party Nein Alter, da war ja ein Bug in Formel 1 Du kommst zurück Echt? Was denn? Ja, der war in der Box und dann hat der Jeff so geleckt Die Reifen abgeleckt Die Reifen abgeleckt Ja, der hat so ein Gas leg Oh, der arme Ob ich das noch schaffe? Räufstuch Räufstuch Ich bin tot, ah, okay Okay, ich schaff das, du malen, ich schaff das Hui Räufstuch 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 Ich hab schon wahrgenommen Alexander Ich hab's geschafft Alexander Alexander Willkommen zurück Willkommen zurück Willkommen zurück Willkommen zurück Willkommen zurück Uh Laker Back Ja, dreimal, alle guten Dinge sind drei Junge, kann der, dieser rausfliegen, dieser Haiaiaiai Oh, der nervt mich Die melde ich jetzt wegen unsportlichem Verhalten Unsportlich Für uns griefing Hä, nein unsportlich Andere Un-e-sportlich Als ob der da warten kann Als ob der da warten kann Ich war in den Top 20% Ja, sehr entspannt Was habt ihr denn so gespielt? Boah, Alter, zwölf Leute raus Ja, zwei Freunde sind noch da Freundin, wie alt bist du denn? Ja, ne Freundin ist ja nicht Freundin, Freundin kann ja anders sein Ne, Freunde und Freundinnen Ja, wenn viele Ja, wenn viele männliche Freunde sind und einabalige Freundinnen, das ist Freundin und Freundin Jungs Un, der schreibt das denn so, der ist komplett los Un, der ist komplett los Und ich meine ich sage auch KumpelSin, aber das ist... Junge, jetzt maul mich, fuck diese Sprache ab. Ich sag immer nur Kumpel. Kumpel, dann. Junge, stell mal vor, du sagst die ganze Zeit, oh, warst du jetzt draußen mit deinen Kumpel innen? Ja, das mach ich immer. Ihr habt jetzt, maul. Mit China ist schon wichtig, weil sie ist ja homophob. Hey, what the fuck, das ist mal gar keinen Sinn. Sexistisch. Nicht homophob, trans... Hey. Hä, ich hab doch gerade, wir haben doch gerade angesprochen, ich hab dich doch gefragt, was sie gespielt hat. Wo hüriere ich dich denn, Alexander? Ich hab dich sogar was gebracht, hallo. Ich glaub, du sollst den Ton etwas lauter stellen, dass du uns hörst. Alexander, hörst du mich? Hier bin ich, hallo. Hallo, hallo. Okay, wir, wir, eine letzte Runde geht vielleicht noch, weil, den braucht eh noch ein bisschen, ne? Aber ich würde jetzt, ich hab's keinen Bock mehr auf das Ding, hab ich gesagt, auf den Schleimkorn, das war immer also so. Ich glaub, der will jetzt verarschen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich hab doch eigentlich, ich hab doch eigentlich auf alle Nachrichten, auf alle drei, ich bin zur Höchst, hab ich gesagt, hi. Wir ignorieren dich gar nicht. Wir ignorieren dich gar nicht. Wir ignorieren dich gar nicht. So, das Hauptprogramm, ey. So, dann machen wir meinen Plan auf. Jawoll, geil. Oh, ich kann's follow, Alter. Er hat zu, du, Pop. Er hat zu, du, Pop. Dankeschön für dein Hallo. Schau, die wird ja immer behindert. Ich find sie lustig. Willkommen in der... Junge, ich glaub, Pop. Ich werd auch nicht, ich bin dein Lachflash. Hey, es kommt ne Mülleimer wieder, oh no. Oh nein, Alex. Alex, das kannst du uns doch nicht abtun. Ich muss lachen. Oh man, oh man. Gib deinem Leben meinen Film. Komm, wir stoßen an. Auf das, was uns verbindet. Und auf das, was uns vergangen. Ich hab echt keinen Bock, dass ich die Follower über was anderes laufen lasse. Weil ich hab halt die Follower über Pipi laufen lassen. Sonst hätte ich die Follower über Streamlabs laufen lassen und alles komplett verwirrt. Ich verstehe immer noch nicht, wie man Alerts einstellt. Du musst halt den Ding in den... Den Ding in das Ding stecken. Die Quelle, also die Browser, sowas adden. Aber tippe, ihr Streamlabs, das geht dann schon. Junge, Alexander, jetzt schreib doch mal. Sonst wäre ich sauer. Nein, nein! Nein, ich bin drunter. Geh voll. Ich zähle bis drei. Eins. Zwei. Vier. Drei. Ich glaub, Beufel hat sich die ganze Zeit angesprochen, weil Alex... Ja, aber Keiner, aber Keiner nennt ihn Alex hier. Ich glaub, es ist Wolf. Es ist Wolfs dritter Kauen. Ja, Mann. Wolf. Bullshit. Ich kenn keinen, der der Wolf Alex nennt hier, also hier in Streams. Boah, ich der Erste? Ich weiß, der Erste. Junge, der verarscht uns. Der ganz auf die Ernst meint. Das ist ja irgendwie an die Geschichte von der Vertretung. In der Schule bei uns. Da hat die eine gesagt, ja, ich heiße... Wie hieß die? Oh, keine Ahnung. Hm, ich heiße... Marvin. Nee. Wie hieß die noch mal? Ach, keine Ahnung. Ich glaub, irgendwie so... Ähm... Chinda, Chinda? Irgendwie so ein besonderer Name. Und dann sagt die Leran, oh, was für ein Zufall. Ich heiße auch Thea. Und die alle so, was? Ich lieg hier raus, weil ich hier komplett überfordert bin. Alexander, 73, 73, 73, wie geht es dir? Oh, das schaffen wir nicht mal, ne? Doch, das können wir noch stoppen. Das schaffen wir nicht. Das war sehr, sehr gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf die Situation. Er fliegt raus, aber er weiß es nicht. Ich hab Bock auf nochmal Community-Zeug. Ja, aber nee. Hatten wir vor, schon zwei Stunden. Nicht so weit. Was denn? Ja, Gartik-Phone. Ey, da war ich aber noch nicht dabei. Ja. Und Stadt, Land, Fluster, was dabei? Und Skribble und Sketch, Holyo haben wir gespielt. Hallo, das sind die Games, da muss ich mitspielen. Ja, aber du warst nicht wieder da. Juri und ich waren gar nicht vorne dabei. Ich kann richtig gut zeichnen. Ja, ich auch. Was ist das? Was lasst du da jetzt? Was lasst du da jetzt? Yoga, der verarscht. Jojo. Boah, der Quick Math war da, richtig gut. Was stimmt das überhaupt? Drei, zwei, ne. Doch, stimmt's. Unglaublich. Oh, ich bin der, ich bin der Hexagon-Meister. Äh, Hex, Verhex-Meister. Bin's blöd, aber jemanden zu fassen, hier. Unfassbar. Unfassbar. Jetzt nehmen wir doch. Das ist so ein Scheiß. Ich krieg hier ein Drehwurm. Verkackst du einfach. Ich krieg ein Drehwurm, Hilfe. Bin doch berührt. So, was ist das? Like Michael Jackson. Er geht doch auch jetzt. Epi, Epi. Junge, willst du dich scharschen? Kannst du deinen Timer machen? Alexander, wie geht es dir? Ich krieg ein Drehwurm, Hilfe. Alter. Mari. 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 Ich bin nicht mehr zaubert. Ich bin nicht mehr zaubert. Ich bin nicht mehr zaubert. Das war's. Fuck. Ich bin nicht mehr zaubert. Alter. Mari. Junge, was ist das? Also ich dachte dir so. Ich sag's dir auch. Wer nicht? Das war's für mich. Ich bin nicht mehr zaubert. Scheiße, ich bin zaubert. Ich bin zaubert. Scheiße, ich bin zaubert. Ich hätte ihn auf die Schildtreppe gesetzt. Ah, fuck. Junge. Er ist so lost. Jetzt war er lost. Jetzt schreib mal Kratsch, aber was sieht es aus. Ist ja schon im Rennen fertig. Ich würde Kruscher machen. Da ist Tram rein. Ja, der hat jetzt einen anderen Cam. das warte zimmer das warte zimmer game hat ihn gefollowed game diesen ehrenmann den kenne ich ja ich bin ja ja tschüss jetzt ist immer ein kurschein der kursche ist auch alex